3, 2, 1. So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22. Wir sind wieder auf der Land of Italy zurück und wir, ja, ich bin hier am Rüberladen, was der Restmann kann ja gleich nochmal sagen. Ja, wir sind hier noch bei Magic Baguette. Guckt in der nächsten Folge nach, dann wisst ihr warum. Ziemlich zum Schluss. Und ja. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Bei unseren hochintelligenten Diskussionen. Magischen. Magischen, hochintelligenten Diskussionen. Dem sich der Leonhard nie beteiligt, weil er immer die ruhige Phase reingenommen hat. Er denkt sich bestimmt sein Teil und denkt sich so, die machen schon genug Quatsch, da muss ich nicht noch mitmachen. Ja, genau. Der schwingt sein Magic Baguette. Lass dich mal Magic Baguette tun und lass dich quasseln. Die schweigsame Pigi auch. Aber hin und wieder hört man sie dann doch. Lieber Liebesfeld, willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Bin da eben drunter gefahren und jetzt sagst du doch, ich ist eine Blockade, ey, du bist das doch. Apropos, meine Lieben, wenn ihr euch jetzt gerade wundert, YouTube, warum reden wir eigentlich live? Ja, ganz einfach, guckt bei Switch rein. Da sind wir live, weitergeabend. Falls ihr es noch nicht wusstet. Da sind wir live für euch unterwegs. Auf drei Kanälen, oder? Auf vier. Auf vier Kanälen? Ja, schaut euch an. Volles Programm. Ja, da liegen das Raubballen. Du musst ja nicht bei mir an meinem Hof kommen. Uneingeladen. Ich muss hier irgendwo zu meinem Feld und Magic beginnt. Rolf, soll ich jetzt hier oben weitermachen oder unten das Feld? So, also bist du mit dem ersten jetzt fertig? Er ist komplett durch. Das heißt, das, was du abgekippt hast, war das erste, also im Gesamten... Ja, mit 53, was ich hier noch habe. Ja, dann musst du die noch reinkippen, sonst hälst du. Ja, ja, ich springe es dir gerade. Ich sollte aber erstmal die Erntemaschine ausmachen. Er fährt so ein bisschen schneller nach unten. Magic. Das ist alles Magic. Jetzt ist er still mit deinem Magic Baguette. Das ist Schwingigkeit. Das fällt ihm jetzt halt. Ja. Er träumt heute Nacht davon. Ja, mein Magic Baguette. Und sein Magic Baguette. Kommst du da nochmal her? Kommst du da nochmal vor? Dann sagt er, uh, ich hab ein Magic Baguette. Dann sagt er, lass mir mal Ruhe feiern. Ich will jetzt schlafen. Ich will jetzt schlafen. Also das war jetzt ein Feld. Nee, das war Magic Baguette. Jetzt hast du mich eingesteckt. Ich mach gleich mal weiter euch, weiter, ich muss aber mal eben hinterbauen. Ja, 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 ja. Magic Baguette. Jetzt geht mir eine Kühlbar mit einer Strohdusche. Was ist die Frage? Die Frage aller Fragen. Meine Schweine kramsen. Hm. Ich bin froh, dass sie nur grunzen. Und was sollen sie sonst machen? Ja. Quicken, oder was? Das wäre dann die nächste Frage. Was würden sie machen, wenn sie es nicht grunzen würden? Also, du bist schon schweinig. Ist immer eine Frage, wie man es verstehen will. Gell? Absolut. So, wie schaut es da aus? Was haben wir da drinnen? Stroh, 13.000 Liter. Meine ganzen Strohballen sind weg. Nein, nein, wir waren auch nicht. Ich hab's ja noch hier. Fressen eine Schweine-Traubentrester? Ey, was ist nicht. Komm, sei. Woher sollen das wissen? Hast du mal gefragt? Ich frage mal. Hey, Pummelchen. Frisst du Traubentrester? Du sollst deine Schweine fragen. Ja, mach hier. Mit einem Pummelchen. Hast du dich angesprochen gefühlt, Nick? Oh, du rollst in dem Fall. Die Antwort kröscht. Nein, ich dachte, er spricht mit seiner Freundin. Ah. Ich bin alone. Mit seiner... Mit seinem Magic Baguette. Genau. Wenn, dann rede ich nur mit Magic Baguette. Und so, wie viel Gülle haben wir denn? Zollt es sich aus? Kann ich Gülle schon mal verarbeiten da? Gülle, 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 Gülle. Nein, den will ich nicht wissen. Ich will den da wissen. Was ist schon beim Mist? Wieso gönnt es nicht? Ich sehe das im Schweine-Bil. Ich weiß ja schon, Gülle, 13.000 Liter. Das ist zu wenig. Ich muss sagen, mein Mist. Wie viel Mist ist das ja auch. Sehr gönnt. Wie viele Felder hat der überhaupt hier doch mal rum? Viele. Oh. Der hat zwei Felder nicht richtig abgeerntet. Das war alles doch. Sigi, irgendwo ran. Wie viel das ist? Ist das da, was du meinst mit dem Zaun? Wenn da ein Zaun ist, meine ich den Zaun, ja. Da sind überall Zäune. Nee, bei dem war jetzt gerade... An dem letzten war oben Zaun. Ja, teils. Und danach keine mehr. Das sind weiße Trauben. Weiße Trauben können, glaube ich, mit denen nicht geerntet werden, ne? Nee, da brauchst du einen eigenen. Du musst jetzt wieder einen eigenen Dings zulegen. Ja, der hat hier einen zweiten. Einen zweiten. Ja, da brauchst du den zweiten, der weiße. Obwohl es nicht egal wäre, ob das jetzt einer hat. Mich ist das seltsam, ja, dass du da zwei verschiedene brauchst. Magic Packet. Mal eben mal gucken. Ähm, zwölf. Was fällt zwölf? So, das brauche ich ja immer noch. Bin ich tun am Leben dran. Das brauche ich ja auch noch. Futter für meine Hühner. Du hast vergessen, dass du Hühner hattest. Nö, ich weiß bloß, dass ich kein Futter mehr für die habe. Hat jemand Weizen übrig? Ähm. Warte, kann ich nicht sagen, ob ich Weizen übrig habe? Ähm, sorry. Nö, ich kann dir Hafer bieten. Wollen wir die das fressen? Nee, stopp nicht. Das ist nicht, ob die Hafer wollen. Ich glaube auch nicht, dass die das fressen. Gerste und Hafer fressen die meistens. Äh, Gerste und Weizen fressen die. Ist das da drin? 500 Leder? Ist das da drin? Das ist da drin. 1, 4. 1, 4 und 5. Ach so, dann nimmt der, glaube ich, kein Kalk oder Kalk steht. Ah, der nimmt kein Kalk, glaube ich, oder der Streuer? Wir haben einen Streuer, der Kalk nimmt. Das ist kacki. Haben wir auch immer von der Stadt auch genommen. Naja. Wollte ich ja nicht. Ich wollte einen, der beides kann. Aber das macht nichts. Dann stellen wir den wieder ab. Dann messen wir sie wirklich, der von der Stadt tollen hilft dir nix. So, dann schnapp ich mir mal lesen hier. Oder ich schaue es, was es im Angebot gibt. Gibt es da eigentlich so etwas wie eine Kalkproduktion und Produktion? Nein, ich glaube, die hat er nicht drauf. Ja, da nicht drauf. Okay, so. Boah, da gab es gerade einen riesigen Schneidwerker. 40 Fuß Schneidwerker. Oh, das wäre. Und was? Ja. 40 Fuß Schneidwerk. Immer. Dann Fendt 500. Ein bisschen groß halt. Dann Fendt 500, oder gibt es? Mhm. Relativ günstig sogar. Aber der hat einen 150 PS. Mhm. Der ist halt geschickt mit Pflegebereifung. Das wäre er, ja. Ja, muss ich fast überlegen. Wolltest du noch weiteren Kredite haben sprengen? Nö, wäre nicht. Ja, das ist das, was? Und eigentlich. Wolltest du aus. 1.000 Euro. 5.000 Kostet, ich fände 5.000. 5.000, 5.000. 6.000 Kostet, ich fände 5.000. 6.000 Kostet, ich fände 5.000. Was kostet er gebraucht? 5.000, 75.000. Na, warte mal, 3.000. Ah, das hat sich ziemlich günstiger an. Sind die Zwillingsbereifung, 5.000, 5.000? 6.000. 4.000 Kostet, ich fände 5.000. 5.000. Aber das hat sich recht günstig an. 4.000. 5.000? 5.000. Ja, der какую-att das? 5.000, 5.000. 5.000. er hat der hat bis zu 10 der erste Kurs das ist 50 50 Schwierig Schwierig Schau mal was da unten Brauchst nicht die Eisgeschichte was Bei bestimmten Anfahrten hat Die Raben Die Reben eine Kollision Und wenn du dagegen kommst, musst du nochmal zurücksitzen Damit du die richtig in die Mitte triffst Ich muss hier wirklich mal 100% mittig fahren Ich sehe da irgendwo Welche Olle Kalk können Oh, wir können alles konfigurieren Wollten wir nicht viel Kalk Auch noch andere dazunehmen Oh, lecker Was gibt's denn bei Miststeuer? Genau bei Kalk Welche Geräte können ein neues Kalk ausbringen? Die je natürliche Streuer, oder? Der Große Die Beguland Ne, die Breda alle Ja genau, die können beides Äh, aber haben wir nichts anders drauf Ne, dann gibt's noch den Querneland Querneland Ja, aber den haben wir auch nicht als Mod drauf Den gibt's nur als Mosse Und ich glaub das war's auch schon Und ich glaub das war's auch schon Also intern im Spiel sind das wirklich nur diese Großen Das ist bescheiden Mhm Da war aber ein 19er Viel mehr Die beides ausgebracht haben Mhm Ja Ja Der ist ja schon 11 Stunden Und der ist schon drauf Die 80 aus der Gatte Mhm Mhm 34 ist die meine Werte Mhm Und der ist wieviel Monate Altert sie Ja Komm geschlagen zu Bei dem Kriegst du überhaupt noch Kredit? Mhm Kriegst du überhaupt noch Kredit? Hm Wir werden auf der Seite Ja mhm Auf der Seite Der macht das so wie ich Ja Das macht dir ja Freude Mhm Kaufen 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 Jo Ach doch die Leute im Chat Wollen wir die kaufen? Ist aber wurscht Entscheiden Ja nicht mitzuentscheiden Ich bin die Streamer Ich entscheide ich Kaufe ihnen zu werden Ich war das doch mal frage Und doch mal noch die Stadtverwaltung Nach dem Kauf Naja das ist der wie nicht Das ist die andere Abteilung Das ist Heut ist Heut ist der Rolf Oder geht das nicht? Da 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 rollt immer ein bisschen was dagegen Komischerweise Das habe ich aber auch noch nicht verstanden Warum Weil das der Landwirtschaftssimulator ist Und nicht der Subventionssimulator Oder Sozialamtssimulator Oder sowas Wie die Gange Ich meine Ein bisschen Ein bisschen Ein bisschen mehr Förderung Kann man sich doch schon Wünschen Oder nicht Ich weiß nicht Wie sind die Tagen Ich weiß nicht Ob die Substitutionen gerade aufstocken Oder runterfahren Das ist ja wurscht Aber Man muss nach Frankreich Oder nach Polen fahren Da kriegst du noch Subventionen Subventionen kriege ich in Dachshund Aknug Ja ne Ich weiß es wird jetzt eingestampft Das Landwirt kriege in Dachshund Aknug Subventionen Ehhh egal das Teil gar nicht Diese Substitution wird bei Black Health Wollen sie wegnehmen Kfz Subvention wollen sie wegholen Ja Sie müssen finanzlos schlopfen Ich sag da ganz ehrlich Bei uns haben sie auch Olyx oder die Bahn Und was Was war auf einmal ist in der Bahn Mit einem neuen Tracker da gestanden Hm Also Das ist Österreich ne Klappt es eben besser Ja Bei uns haben sie auch CO2-Steuer eingeführt Ich rede jetzt nicht von der Steuer Ja ja Was ist ja eine Steuer Ich rede von anderes Ich rede von der österreichischen Politik und der deutschen Politik Ich rede von der Landwirte Ja na was machst du da Ausfahrt Die Gegend Wenn ich hier mit den Produkten auf verteilen gehe Dann musst du doch eigentlich jetzt meine Rotweinfässer in die Flaschenabfüllung verteilen Ja haben wir den Fässer Selbstverständlich Ok Ja das macht er automatisch dann Er verteilt die nur in deinen Produktionen Und in welchem Turnus macht er das Jede Stunde Und jede Stunde wenn er tausend Meter zusammen hat Mit Gleitschützen Aber ich glaube da kommen noch Kosten auf dich dann zu Die dir abgezogen werden Ja Natürlich Das seien diese Transportgebühren Genau Oh lad, ich wollte für einen, denn schon wieder ein Dreck geben, der ich vorsehen Was sei es nicht schon wieder Waschtag Was heißt nicht schon wieder Nicht schon wieder heißt nicht schon wieder Weißt du wie viel Futter unsere Schafe noch haben und Rolf Schau mal auf dein Tablet Ne, ich bin ja im Weingut jetzt nicht bei den Ich bin ja, ah dann muss ich gleich mal eben gucken wenn ich hier durch bin Weil ich hatte die eben gefüttert aber die müsste jetzt nicht alles weggefressen haben Das sind ja keine Kühe und keine Schweine die die Haare wegfressen Jetzt sagen wir mal jetzt reden nicht so schlecht vor Diskriminieren Nur weil es ein Schwein ist oder eine Kuh Ja nix dafür gell Ja, na wirklich, die sind halt so oft Wer beschwertet sich denn die SP die Haare vom Kopf? Die nicht Ich kann mich auch nicht erinnern Ah, es gibt so Beweisvideos Die können die mal gerne alle aufsuchen Ob die sind alle noch irgendwo, weil ein so ein Kanal zu finden ist Ach halt Ne, bei dem müssen die Streams kommen, du bist mir da Naja, bei mir hast du das auch Die komplette Zusammenfassung hast Ach stimmt Da können wir mal aufzählen, wie oft hat er gesagt, die Stadt kann das ja finanzieren Zu oft Müssen wir auch nicht so oft, wie das wir da wirklich Geld erkrackt haben Wer steht denn da? Ja das ist der neue Kontrolleur, wie alle unsere Arbeiten machen Ja das ist immer woanders sie kontrollieren Ja Wie viel Platz hast du denn noch im Teil? Ihr könnt mal die Bäume hier wegräumen Ja das haben wir ja Ach so der Holz, mich der es immer noch nicht weggemacht hat Ja dann kannst du BGA auch machen Die hat ja nix um da anscheinend außer blöd herumzufahren Ja Kann ich's machen Kann ich zu fahren Und Petter, was sagst du zu meinem neuen Event? War schneller als mein Kubota, ja Ja Im Normalfall tue ich mich ja mit dem ja nur aufladen auf einen Flachbrett Und nicht da Ja ich habe ja quasi nix anders gemacht Auf dem Hof oder was? Ja Tja Normal fährst du zum Händler Ja Und dann hast du Lauf Auf ein Flachbrett Ja das ist kompliziert Und kannst du in deinem Kubota sicher hinten auch einen kleinen Anhänger dranhängen Ja ich hab mir noch einen Big Bag geschnappt und hab mir zweimal hingefahren, dass das funktioniert Ja du kannst sicher so einen kleinen Anhänger, so einen kleinen Stratmann hinten dranhängen Ich weiß nicht ob der das nennt Kann sein Kann sein Das passt ja Zwei so Dinger Genau So Das haben wir gemacht Jetzt haben die Hühnchen auch wieder genug Die Hühnchen So Das haben sie noch genug Und zwei Tage später haben sie nix mehr drin Dann Muss er ja wieder füttern So Della Höchig Ich spüre dass man die Viecher füttern muss Ja Mit Sauerei Ja Ja Das ist ein Bauernhof Die Tiere holen sich das nicht wie wir einfach so Das ist doch Fehler Das ist doch Fehler 800 Was zu tun Ja Da kriegst du ein Wenn du nicht aufträge kriegst du echt kein Geld Das kannst du echt für Hase Ja 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 Das ist ja echt Sei klug und mach's wie Rolf Wie macht's Rolf? Hä Ja Ja Rolf nimmt sie die Sachen Erntet das Ganze Und führts dann zu sich Und die Einheit Und dann halt Vertrag abbrechen So macht's Rolf Nein das war mein Vorschlag an Hartmut Weil ich mir gedacht hab Dass er für solche Machenschaften offen wäre Und in gewisser Not den Mais zu bekommen Ich hab meine Aufträge brav erledigt Wenn du den Auftrag machst hast du einen Profit von 184 Euro Also nicht viel Pro Minute Das ruf ich gar nicht an sich Ja du hast Eigenanteil Ah da stimmt 671 Euro Das ist doch ein Witz Sieht's aus Skiffy Was kommt runter Von diesem Feld Ist das besser? 1760 Und bist fast fertig? Ja Das ist ja nur halb so gut wie das andere Ja das andere Feld war besser Das andere war aber auch größer oder? Was? Peter felschlafen Mir fällt nix nahe Abgelehnen Hartmut Ich hab nix zu tun Ich hab nix zu tun Ja warte mal Ich bin grad am bedanken Ich hab doch nix zu tun mehr Ja warte gleich kommst Ich hab hier genug zu tun Du kannst ja hier zur Ernte mitkommen Putzeln Weißt du wie blöd das ist Wenn du grad so eine Kalk Kalkpalette über die holzt Und dann kommt man und sagt Auf einmal gehen wir schlafen Ja mei Mit sowas muss man halt rechnen Warte 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 Jetzt ist gleich leer Jetzt kannst Ok Neuer Versuch Ach ja Dankeschön Gut dass wir kein Season haben Dann Gehen wir uns die Trauben nicht kaputt Und es regnet es auch noch Da ist wieder aufgefallen Ja jetzt nicht mehr Oh 2400 Minus Na wunderbar Du willst schlafen Ich will wieder zurückspulen Was? Wieso ich hab 2600 jetzt äh 206.000 jetzt Schön über dich Kann ich einen Kredit geben Ops Nein du bist ein Gauner Also du musst nur mindestens mit 80% Zinsrechnen Mit Gaunern mach ich keine Auge Mache ich keine Geschäfte Aber von mir kannst du einen Kredit tun Mit Gaunern mach ich keine Geschäfte Was? So aber jetzt sollte ja über Nacht mein Wein in der anderen Produktion angekommen sein Aber hier ist nichts Hat er den nicht verteilt Also ich hab 1800 Liter Rotwein in der Weinkellerei Ja Und hab gesagt verteilend Aber in der Weinkellerei 2 Ist nichts angekommen Ja aber gut Ich hab vorab schon zusammen gewastelt Ok Ich frag für einen Freund Entschuldigung Das ist für deine Mafia-Freunde Ja Die wollen nämlich ein bisschen Wein locker machen weißt Die haben oft Durst Und kaufen dann mir nix Ähm ne aber Mehr Ahnung Hier muss ich ehrlich sagen Es gibt sicher irgendwie die Möglichkeit Dass das ganze funktioniert Hast du jetzt wieder was zu tun bitte? Das ist schön Konnten wir damit eine Freude machen Wie ist der Zyklus eigentlich beim Wein gären? Beim Kelten? Keine Ahnung Ich nix wiesn Ich andere Baustelle Ich hab jetzt den Rolf auch gemeint Achso Nochmal wie bitte? Wie ist der Zyklus beim ersten Dass die Trauben zu Wein werden? Ja die sind alle fertig Ich hab jetzt einfach das ausgelagert Und werde das jetzt ähm Händisch irgendwie Von Hüben nach drüben befördern Der Case hat glaube ich Hat ne Gabel dran Hat ne Gabel dran Von Wollehof Von Wolle Tollehof Von Tolle Wollehof Die Talin ist eigentlich für sein Wein sehr bekannt Ja schon Seit den 80ern auf jeden Fall Dafür kommt aber sehr wenig Weintraum von den Reben Ich will mir dann eigentlich mit dem 25ern ein neues Projekt anfangen Oder soll die Raftzahnfamilie weiterhin bestehen bleiben Das ist jetzt die Frage Wann werden wir nicht überlegt dass wir äh äh Änderung machen? Sonst hätte ich schon meinen Leichennamen Ne also ihr könnt nicht mehr geben Ihr seid jetzt ausgestorben Na ich hätt glaube schon einen Leichennamen mit dem ich was anfangen Können wir uns ja noch überlegen wie wir's machen können Also der Name das war der Hammer das sag ich euch Hartmut Ne Keiner Ausguss Was finden Sie mir? Weil die wollten glaube ich in 25ern wieder mehr in das RP einsetzen ne? Keiner Ausguss Ja Achso ja Na super Oh je Ja mein Lieben Aber keiner zuverlischt so langweilig Können wir euch ja mal ein bisschen überlassen Was meint ihr? Kraftplans weitermachen? Eine andere Karte an das Projekt natürlich oder? Keiner Ausguss Was Neues Gut ein RP klar Aber sind halt nicht so viele Ich denke mal was Neues wäre glaube ich gar nicht mal so unerfrischend Aber ich fand es eigentlich ganz gut dass Wir so einen RP hatten sag ich mal wo wir alle an einem Strang ziehen Das hat mir schon ganz gut gefallen Mhm Ja Da lässt sich ja vielleicht irgendwie was ähnliches finden wo man irgendwie härter zusammenarbeiten muss einfach Mhm Vielleicht einmal sogar mit Schwierigkeit schwer oder irgend sowas Kann man auch manuell einsetzen Was du wirklich sagst wirtschaftlich etwas schwerer Einmal ein bisschen mehr Herausforderung Waren wir doch hier die ganze Zeit Wenn ich auf meinen Kontostand guck Ja aber da bist nur du viel verantwortlich und nicht einer von uns Bei anderen wollen wir ja alle verantwortlich sein, dass der Kontostand so blöd ausschaut Guck mal auf deinen Kontostand und dann merke ich über meinen 160.000 plus Und dann die Bank Was erzählt die davon? Ja das ist interessant Achso Ja das ist ja interessant Ja das ist ja echt ein Für Wenn du nichts vertun hast Kannst du Geld Kannst du sammeln auf dem Wagen holen Wenn du Geld verdienen willst musst du erst gut investieren Ja ja gibt es so gut investiert, dass ich jetzt nicht verdiene. Wer? Die Susi? Die Banker hier. Die müssen investieren, sie müssen Schulden machen. Nur dann kommen sie zu was. Wo kommen die Trauben rein? Bei mir im Mund. Ja, gerne. Rolf. Vom Strauch runter am besten. Richtig. Keine Ahnung, wo kommen sie hin? Kommen sie hin? Der Rolf hat sich verabschiedet, oder was? Normalerweise? Der Rolf ist hier gerade sehr konzentriert mit akrobatischen Kunststückchen. Ich glaube, ich hätte das blöde Gewicht hinten dran machen können. Es kann ja nicht sein, dass ein Kilometer Wein so ein Case vorne überkippen lässt. Ich hab schon gefunden, wo die reinkommen. Anscheinend schon. Wollte ja. Die Frage ist, wo kommt jetzt das scheiß Fass hin, damit das in Flaschen abgefüllt wird. Warte, ich glaube, das müsste dann der hier sagen. Alles da hinten in dem Eck da. Funktioniert das? Haben wir jetzt eigentlich eine Kalksiebung schon gekauft, oder nicht? Guck, ob das hier hin muss. Jetzt muss ich wegen ein paar Meter Kalk. Heißt, zu schwer, zu leicht vorne, hinten, ne? Oh. Wir haben zwei Fässer oben. Der holst mich hin. Der macht ja noch... ...porös, ne? Das ist die Beste da rumfahren und alles. Haben wir jetzt irgendwas, wo wir Kalk einkaufen können, oder nur im Shop? Nur im Shop. Ja, verdammt, der hat ja noch zu, oder? Jupp. Neun macht der nicht auf. Och, nee. Ich hätte Kalk. Ja. Was willst du denn jetzt damit sagen? Dass er kalt hat. Du kannst ihn bei ihm abkaufen. Richtig. Ich. Ich breche einfach beim Shop ein und hole mir die Paletten. Na dann? Aha. Ich bin mal gespannt, wie du ihn über den Zaun schmeißt. Das zeig ich dir dann. Das zeigst du mir dann, ne? Ja. In einer Dreiviertelstunde. Ne. Ich komme an meine... ...mine Bros. Und die helfen mir. Jörg Palette. ...einen Anhänger hinzuladen. Also ich verstehe, warum der Rolf hier die Weine so gut aufgibt. Ne, nicht weil die Felder so scheiße sind, sondern... ...weil du die an die Felder nicht erkennst, sind die jetzt abgeerntet worden, oder sind sie alle verfault worden? Und wir einfach runterwohnen. Ja, da steht schon einer, der ist ja das sehen, der ist ja das anschauen wie. Ja, den hat guckt, den habe ich hingeschickt. Mhm. Also hier ist noch alles in Ordnung. Was die Gelb nachher werden, ist eigentlich normal. Wir sind aber noch nicht verfault. Robben Oliven. Rein Oliven, Stickstoff. Also zurückgesetzt muss es nochmal geübt werden hier. Ja, das ist... ...was du jetzt zu schaust. Hoffentlich. Ja, meine Lieben. Aber das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir bedanken uns ganz herzlich für euch, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr schaut in der nächsten Folge wieder rein. Und wenn ihr eine Idee habt, wie wir LS25 weitermachen sollten, für euch dann einfach in die Kommentare schreiben. Sicher, LS25. Dass ihr dabei wart. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.